Jetzt wird er denken, warum hält er denn die Kamera da oben in den Baum rein? Ja, ich habe was gesehen, was ihr noch nicht gesehen habt. Und zwar dort. So, deswegen. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall hat hier jemand gute Arbeit geleistet. Wahnsinn, wie groß der ist und der hält sich auch noch. Das ist ja unglaublich. Also nach uns ist das, müsste der so umfallen werden. Den haben wir bestimmt weggefahren. Guck dir mal, das ist keine Gepa. In der Kronik. Und hier unten hat er ja keine Gepa. Und hier unten sieht er noch gut.